so heute werde ich mit euch eine kleine tour machen wir fahren los hier am marktplatz in freudenstadt dann werde ich über der hütteteich fahrer richtung kloster reichenbach dann am hirschgehege von kloster reichenbach hoch richtung thonbach priorstein da werde ich euch den zeige und dann über das thonbach wieder zurück nach freudenstadt viel spaß der erste aber nicht der einzige anstieg für heute so jetzt sind wir hier auf dem mittelweg der verläuft von pforzheim geht er los da wo der west weg los geht bis schlag mich tot weiß ich nicht dann wollte ich jetzt ich wollte eigentlich der mittelweg von hier freudenstadt bis es runter geht nach kloster reichenbach fahren aber jetzt habe ich gerade dachte ich könnte euch auch mal der friedensbaum zeige der ist oberhalb von bayersbrunn da fahren wir jetzt hin ist das nicht herrlich so viel wald und kaum ein mensch unterwegs wetter ist perfekt nicht so heiß nicht so kalt schon angeschrieben friedensbaum 0,4 dann können wir noch über den zimmerplatz dann kommen wir nach kloster reichenbach bei 5,5 kilometer da vorne noch ums eck und da sehen wir schon um euch mal die dimensionen zu zeigen stelle ich mein fahrrad vor den baum dann sieht man es besser wie groß er eigentlich ist so hinter uns sehen wir jetzt die zimmerplatzhütte oberhalb von kloster reichenbach von hier fährt man jetzt runter kloster reichenbach und dann will ich dahinter an dem berg hoch da oben ist dann irgendwo der priorstein dann geht es dann runter tonbach vielleicht fahren wir noch über der pudelstein das ist ganz hinter dem tonbachtal und dann geht es wieder nach freudenstadt jetzt machen wir hier erst eine kurze pause herrlicher ausblick dahinter röd dann kommt heselbach der unter kloster reichenbach sieht man jetzt hier nicht hier war er spon so und weiter geht es jetzt gehen wir hier ein stück zurück wieder bevor es dann links runter geht nach kloster reichenbach man könnte auch hier runter aber der weg ist definitiv schöner jetzt sind wir schon am skilift von kloster reichenbach da unterliegt kloster reichenbach das kloster wir fahren jetzt dahinter hoch über das hirschgehege eibald hoch und dann geht es hier direkt steil hoch zum priorstein jetzt sind wir in Höheeselbach dahinter und fahrt jetzt gleich hoch zum eiwald da unten liegt sie und man hat siesta im schatten jetzt sind wir hier an der kreuzung da steht priorstein dreieinhalb kilometer den weg kenne ich aber ich glaube man kommt auch da hoch weiß ich aber nicht genau probieren wir es einfach jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos ich habe eigentlich gedacht hier geht es hoch aber hier steht höllkopf höllkopf ist ein schönes pavillon ist allerdings in röd weiter runter aber ich will ja in die richtung deswegen denke ich nehme ich mal den weg so jetzt bin ich wieder auf dem weg wo ich mich eigentlich auskennen beziehungsweise wo ich weiß wo wir hinkommen sind noch ein paar höhere meter jetzt sind wir fast oben da noch hoch und das sieht man glaub schon jetzt sind wir noch nicht ganz am priorstein aber an einem grenzstein forschbezirk lo streichenbach priorstein war leider so viel los dass du nicht mal eine sitzgelegenheit bekommen hast ich bringe euch jetzt hier ein paar bilder wie es da aussieht und das nächste mal gehen wir früher los dann denke ich kriegt man auch mal einen platz ist jetzt auch wunderbares wetter und jeder wird wahrscheinlich dorthin wollen wir gehen jetzt aber zum pudelstein und hoffe dass es da weniger los ist gewinnen und ich habe das ist ich 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 Und zwar hat hier auf dem Weg schon zwei Hütten, in denen man einen Kehrer hat können. Die eine gehört der Traube, Tonbach, sehr bekannt. Und die andere gehört auch dem guten Haus, das ist im Tonbach die Tanne. Wunderschöner Blick da vorne aufs Tonbachtal und im Hintergrund bei Ersporn. Ist doch herrlich, oder? Hier noch ein kleiner Abstecher zum Kohlmeiler. Da haben sie früher die Kohlen gemacht. Und weiter geht's. Jetzt sind wir in der Pudelsteinhütte und da hinten ist der Pudelstein. Ist wohl begeh- oder besteigbar, da sitzen aber auch schon Leute drauf. Aber jetzt fahren wir mal hin. Ja, da ist natürlich gut Vespern. Jetzt fahren wir weiter ohne Vespern. Es gibt nämlich noch eine schöne Aussicht. Wieder Richtung Vespern und dann nach Freudenstadt. Vespern haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt geht's Richtung Christophstal. Hier die Kapelle, Michaelis Kapelle glaube ich. Christophstal. Wunderschönes Fotomotiv. Das Viaduct kurz vor Freudenstadt. Und dann war's das auch schon wieder mit unserer heutigen Tour. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Würde mich vorher über einen Daumen nach oben. Oder auch gerne ein Abo da lassen. Freue ich mich auch immer sehr. Jetzt denke ich, dass es in Zukunft, da ich von mehreren Leuten angesprochen worden bin, wie es aussieht mit Videos, dass es in Zukunft wieder öfters welche gibt. Also, ciao.